Also wir zeigen die vorindustrielle Geschichte zum Beispiel anhand der Klöster im Ruhrgebiet, das Zeitalter des Humanismus, das Zeitalter der Renaissance, das Zeitalter der Religionskriege, Sie sehen, dass wir die rohen Bunkerwände so gelassen haben, wir haben den Fußboden eingebracht und wir haben die Objekte direkt mit der alten Oberfläche in Verbindung gebracht. Und hier haben wir eine Reihe von vorindustriellen Ansichten der Städte des Ruhrgebietes, und wenn man von diesen Stichen da oben, sozusagen, in die Erde hineinschaut, sieht man die geologischen Schichten, die über der Kohle gelagert sind. Und es hat natürlich auch Bären gegeben im Ruhrgebiet. Das ist ein Blick in unsere archäologische Sammlung. Das ist die mineralogische Sammlung. Die ethnologische Sammlung. Und jetzt kommen wir auf die 6-Meter-Ebene, die unterste Ebene. Und dort zeigen wir die Geschichte der Industrialisierung des Ruhrgebietes als Drama in 5 Akten. Und hier sehen Sie den Prolog, also klassisch Prolog, 5 Akte, Epilog, den Prolog über das Erdzeitalter des Karbons. Und hier sehen Sie auf der rechten Seite die Förderbänder, die diese ganze Ebene geprägt haben. Und hier haben unsere Architekten Vitrinen als Förderbänder gestaltet. Und wenn man dort unten ist, sieht man wieder, das Erdzeitalter der Kreidezeit, was über einem schwebt. Und dann haben wir einen ganzen Gang durch die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Ruhrgebietes. Rechts kontaminierte Böden, links Steinstaublungen. Rechts kontaminierte Böden, links Fotografien mit den Böden. Natürlich haben wir die gewalttätigen Phasen der Geschichte des 20. Jahrhunderts, die von Deutschland ausgingen und bei denen das Ruhrgebiet jeweils eine Rolle gespielt hat, nicht ausgelassen. Im Gegenteil. Hier stellen wir die Geschichte der Deportationen der jüdischen Bevölkerung und rechts der Sinti und Roma dar. Und jetzt ist man schon in der Gegenwart und das sind Anstecknadeln aller Fußballvereine im Ruhrgebiet. Und jetzt muss ich mit diesem Bild, will ich schließen, das ist ein dreidimensionales Pflanzenpräparat von einer Pflanze, die den Namen Schalkes Blau trägt. Und jetzt geht man wieder zum Ausgang, die orangene Treppe hoch und wieder runter. Und dann ist man, hoffentlich, raffinierter als vorher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.